Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play World of Tanks. Hallo, ich bin auch dabei. Der Totz und der Frotz. Ja, wie ihr seht, wir haben jetzt hier so eine Premium-Garage, weil wir gerade den Computer-Build-Bonuscode eingegeben haben. Deswegen ist hier auch noch ein T127, den wir dann aber gleich verkaufen werden, damit wir schon mal ein bisschen Geld haben. Das machen wir jetzt mal eben. Und wir kaufen 170.000. Die Mannschaft. Ich weiß nicht, wo man das verkauft. Rechtsklick und dann verkaufen. Aha. Hm. Ja, ihr habt ja abgestimmt. Der Totz, der nimmt die deutschen Medium und ich die Heavy-Tank-Schiene. Die russische. Ja, dann schauen wir mal. Warte, erstmal in einen Zug gehen, also einen Platon. Dann lade ich den Totz mal eben ein. Hey, Einladung. Ja, akzeptiere ich mal. Ja, ne? Ja, dann können wir mal zocken, ne? Dann machen wir bereit. So, ab geht das. Ab ins Gefecht. Ja. Ja. 15 gegen 15, wie immer. Da sind wir auch schon im Ladescreen angekommen. Ach, du jetzt erst? Ja, ist ja gut. Ich hab mir meinen schon viel Zeit, also lass mich in Ruhe. Ja. Ne, also bei mir lädt er irgendwie immer das erste Match am Tag relativ lange und dann geht er ab wie Schmitzkatze. Weiß auch nicht wieso, aber naja. Lass mal ein bisschen laden. Ja, eine gute Entscheidung. Ne, jetzt auch in Fun HD. Juhu. Juhu. Oh Gott, ey, jetzt kommt er gar nicht aus der Pötte. Ja, ich bin fast fertig. Es fehlt nur noch ein Stück. Ich bin fast letzter gewesen. Naja. Bin jetzt auch da. Warte, die Breite von dem, von dem I-Zeichen. Oh, ja. Jetzt schon gleich. Anfragen. Lad. Schneller. Ich hätte schon mal mit meinem anderen Account spielen müssen, glaube ich. Ja, da ist gerade die, meine Internetleitung abgekackt. Aber jetzt lädt er trotzdem. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Dementsprechend Skywalk abgekackt. Also unterbringe ich mir eben hier kurz. So, da bin ich auch im Match. Jetzt warte ich nur noch, dass der Teets annimmt. In Skywalk. Und dann geht's aber schon wieder los. Ja, Teets. Mein Internet hat versagt. Ich hab's gemerkt. Aber jetzt geht's auch schon wieder los. Ich bin ja im Match. Alles super. Dann geht's mal weiter. Ich fahr mal zu dir. Ich hab schon den ersten Gegner gesehen, aber ich hab nicht getroffen. Hallo. Wir kommen drüber gefahren. Redig. Anvisieren. Daneben. Bam. Oh. Ich hab getroffen. Bam. Yeah. Oh, jetzt sieht was schlecht für uns aus. Wir leben noch. Wir reißen das alles. Total. Logisch. Mit Anfangskanone und allem drum und dran. Schnellig. Ich will nicht mehr die Dinger kümmern rumfahren. Schade. Ach, ja. Wenn ich jetzt wenigstens Gegner sehen würde. Wir vercampen uns hier ein bisschen. Weil wir ja natürlich, äh, zurückliegen. Ja. Sonst würden wir natürlich, äh, mutig, wie wir sind, vorrushen. In einen Buschpanzer. Da hinten, ein T1 Cunningham. Oh, schon kaputt. Ach, schade. Ich hätte ihn grad anvisiert, ne? Ja, ich auch. Mein Ziel war grad drauf und dann ist er schon kaputt. Dann hat wohl dein Streichholz da oben drauf, klar, grad schießen und dann kaputt. Ich bin ja doch ganz schön mutig, wo wir dann langfahren. Ja. Dann ist das dann eigentlich ganz so langweilig. Ja, verstecken wir gut. Ich verstecke mich hinterm Baumstumpf. Das klappt bestimmt. Ja, und ich hier hinter dem Tetrak. Mein 10 kmh oder wie viel ich hab. Hier, Panzeranimation. Mensch, da kommt auch ein Rauch raus. Ach so, die grüne Plakette kriegt der nicht. Der, auf keinen Fall. So, da ist ein Renault FT. Anvisieren, anvisieren, anvisieren. Ja, da. Ich glaub, der sieht mich. Ah, nee, nicht ganz. Jetzt hält er an. Gut zu tot dafür. Mensch, noch nichts getroffen. Nichts und wieder nicht. Zack, getroffen. Ich. Oh, ich hab ihn aber nicht tot bekommen. Da vorne ist auch noch was. Ah, fuck, ich wird getroffen. Oh, oh, tot. Oh, oh, oh. Ja. Unsere Base wird eingenommen, ne? Ich fahre mal ganz schnell zurück. Ja. So schnell wie das mit dem Ding hier geht, mach ich dann natürlich. Ein Tetrak steht in der Base. Ja, 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 ja. Das kann ich dir auch zugucken. Uh, oh, oh. Oh, noch 91 Schüsse habe ich. Du wirst beschossen. Gib den Tag. Ach, nee. Hier ist ja noch die Wand davor. Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Müssen wir erst den hier. Ich weiß auch nicht, wieso. Gib ihm. Der war ja schlecht. Sehr schlecht. Ich hab dir gerade auf so wenig Bilder debittiert. Also ich hab 30, aber sonst mal. Zack. Gib ihm den in den Turm. Oh. Ja, kaputt. Und das war's dann auch. Mit der Runde. Für das Match. Ja, war nicht so erfolgreich. Ne. Ach ja, Niederlage. Eigene Erfolge haben wir gar keine, außer so ein Tetrak bestätigt. Beschädigt und zwei aufgeklärt. Und bei dir? Ich hab immerhin einen Tetrak beschädigt. Und irgendwie Nord FT habe ich auch noch beschädigt. Aber sonst nix. Dafür stehe ich über dir. In der Rangliste. 81 Erfahrung. Mal gucken, ob wir da schon... Ich hab nur 55 bekommen. Deck mal weniger auf. So. Udi, ist es er. Da wollten wir die schweren Panzer. Okay, also müssen wir auf den T26. Und dann gucken wir mal, was wir erforschen müssen. Wo ist er denn? Da. Dann erforsche ich schon mal die kleine Gun. Und hackt den Turm. Und jetzt brauchen wir noch 106. Um den kleinen Panzer zu erforschen. Ja, genug Geld haben wir. Also kaufen wir uns das gleich auch mal. Und hauen das drauf auf den Panzer. Ja, ist gut. Das ist bei mir alles schon wieder so super. Und überhaupt nicht funktioniert. Hey. Wayne Train. So. So. Erstmal muss ich auf den schönen, leichten Panzer gehen. Schön. Au. Neue Kanone drauf. Schaffe ich so gerade zu erforschen. Schaut euch diese Stoßdämpfer an. Unglaublich. Also wirklich weiter erforschen kann ich auch noch nicht. Ich habe noch nicht mal den Panzer erforscht. Fehlen mir noch genügend Erfahrung. So 80 Pugeln laden. So hat wohl reichen. Und dann mache ich mal wieder bereit. Ja, ich bin noch nicht ganz so weit. Ja. Wir haben Zeit. Naja, geht. Aber da ist es so. Passt schon. Okay. Ins Gefecht. Und jetzt hoffen wir, dass das Internet nicht wieder abschmiert. Schon wieder ganz unten. Ja, schlecht sind wir, ey. Richtig schlecht. Ja, jetzt zieht er wieder allen anderen davon. Ja. Ich habe schon die Hälfte. Ich bin drin. Ja. Drei Viertel. Ja, ich bin auch da. Schon wieder die gleichen Map-Kon, nur jetzt von der anderen Seite. Guck mal, doch mal. Wir haben zwei Panzer, die schlechter sind als die. Also, die haben zwei Level-Zweier mehr als hier, ne? So halt. Richtig. Ich sehe dich. Du bist ganz vorne. Unumfähr. Ja, dafür habe ich eine bessere Gang drauf. Oh, Bewegung. Geht schon wieder los. Boah. Wie ich wieder anziehe mit dem Tempo. Boah. Komm mal, zu dir rüber gefahren. Die ist rechts vor links, glaube ich. Der Typ vor mir hat Vorfahrt. Nicht, nicht. Ja. Lustig wäre es, wenn die Dinger Hupen hätten, ey. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit hupen und durch die Gegend fahren. Ja, könnte aber auch leicht nervig werden. Nee, 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 nee. Ich komme. So. So. Ah, Mist. Hm, wo fahren wir denn mal hin? Dass wir die anderen treffen können, aber dass wir auch rechtssicher stehen. Hier ist gut. Hier ist super. Naja, rechtssicher ist was anderes, ne? Ja, aber wir können die hier treffen. Mit rechtsklick kann man das Ziel anvisiert lassen. Dann kann man hier so rum gucken, ne? Ohne hier alles zu verziehen. Die schießen alle hin, aber ich sehe irgendwie nichts. Auch einfach mal drauf. Ja, gib ihm. Links ein L-Traktor, ein leichter Traktor. Der ist weg. Ja. So. Fahren wir in die Mitte. Soll der auch nicht hier nur gecampt sein. Ich finde es eigentlich ganz gut. Links ist wieder was. Irgendwas. Ja, den können wir nicht treffen. Genau hinterm Berg. Ist eigentlich ganz gut, dass wir die Heavy Tank Schiene nehmen. Weill 한데... Ja.